Servus Klerer, willkommen dann an meinem Buch und der Runde. Zum Glück auf meinem Kanal. Ich habe auch besagt, es geht uns dabei gut. Du hast dich kommen. Ja, gut. Gut, gut schaden. Ich hoffe, es geht allen gut. Wo habe ich das dann raus? In der Welt. Ich hoffe, es geht es gut. Tja. Ich war gerade in meinem Buch. Er hat noch ein bisschen Jungen gemacht. Und... ...haben was... ...cooles gefunden. Es war eine Fünfer... ...eine Fünfer... ...Knache. Ja, das ist ein Deich. ...und auch einige... ...Brüder wurden dabei. Stimmt. Er hat da sehr hart drin gepackt. So, jetzt passen wir auf. Ich bin jetzt auch keine Bücher. Und dann auch ein Turbohleiter. Ich bin jetzt mal... ...die Bücher lesen... ...die wir hier haben. Und dann... ...wollte ich auch... ...keine noch mal... ...suchen und was machen. So. Und wir haben irgendeine Säure gefunden. ...und dann... ...und dann... ...dann... ...dann kann ich drei... ...herrücken... ...und dann... ...dann kann ich... ...neher... ...zuwohnung. Und dann... ...hier... ...und dann... ...dann... Ja, und da... ...wenn verkauft. Ein... ...da... ...ist ihn ja noch. die Gelegen in Verkauf und das ist nur der Web Service Ich habe auch aus Blaschrunden gelesen. Moment mal. Ich habe da gerade dritte gelesen. Moment, das muss ich mir hier mal genauer angucken. So, den drinken wir mal, wenn wir ihn brauchen. So. Ich habe da gerade dritte gelesen. Da ist eine Sache. Da ist eine Sache. Wir können Troni bauen. Wie geil ist das denn? Immer geil. Da weiß ich, was wir noch vor Ort in der Nacht machen. Die Medizin-Dings kaufen. Du wieder? Ich habe das. Du. 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 Ich muss aber auch eine Liga haben, weil es ist nach dem Termin angekündigt und ich muss es wahrnehmen. Die Arbeit, die wir machen, macht die Welt einen besseren Ort. Und es hält die Bühne in den Händen. Ich würde diese Arbeit für frei, wenn ich nicht in den Shoppen bin. Das war noch einmal loskacheln. Wir haben noch nie reingeguckt. Na, kein Bock. Das war jetzt eine Geburtstück, glaube ich. Die Brunnen hat er auch. Das ist die Situation, die wir dann im Rex hatten. Das ist nur im Schneegebiet. Das ist interessant. Hier können wir da auch andere leisten. Das ist auch was Neues. Das ist die Situation. Das ist das, was ich will sagen. Das ist das Aufmerksamkeit. Das ist das Aufmerksamkeit. und da gebeut ich ihn auch neu, aber ich weiß ihn nicht auswendig. Sag mal dieses Spiel, du hast unterwegs blieb. Der Hammer wird alle ungelesen. Na so. Hammer hat. Kugel, immer noch Kugel. So. 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 Ich bin immer noch weiter. Aber ich bin immer noch nicht, aber ich bin ja auch nur wieder fest und wieder zu los. Ja, ich habe es nicht. 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 Die MBCs sind aus, kaputt geht und die nehmen wir auch mal mit dem Anschlag. Und die MBCs sind aus. Und die MBCs sind aus, kaputt geht und die MBCs sind aus. Und die MBCs sind aus, kaputt geht und die MBCs sind aus. Und die MBCs sind aus, kaputt geht und die MBCs sind aus. Und die MBCs sind aus, kaputt geht und die MBCs sind aus. Und die MBCs sind aus, kaputt geht und die MBCs sind aus. Und die MBCs sind aus, kaputt geht und die MBCs sind aus. Das war's für heute. Das war's für mich, wenn ich es bin, wenn ich es bin, wenn ich es bin. Du bist auch noch was Es ist ein Urheger, wenn die Frieden die Aufgabe machen Ich sehe So Das ist eine ganz scheiße Ja, aber Die Scheuern Die muss man dann So ein neues Deigenmeere im Haus isst Die werden die Einmachrichte in den Dusch reinfüllen Aber wenn wir einen Ausgabe haben Ja, wir sehen uns Ja, wir sehen uns Das ist eine Sache Das ist eine Sache Äh Ach, wir haben uns schon bei ihm Ach, wir haben uns schon bei ihm Und wer haben uns schon bei ihm Und wer hat das Ich kann das aufgaben Wie ist das? Was ist das? Gute Fremdchen, geht man da aber nicht schön und war dann nötig so Wir sind noch ein Splatzen mit dem, ähm, mit so einem Verlatsch. Nur mal kurz, wenn du da dran bist. So. Nein, nein. Hey, komm, man. Hey, komm, man. Joggi. So, du war ja in der Schreitend. Da war der Schreitend. Und hier geh' ich noch mal, du passt gleich. Ja. Möge und 1. 1. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 2. 2. 1. die werden doch offen oder? Hallo? 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 Was ist das denn, was du hier so bringst? Ja, da irgendwo, um, 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 um. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich bin der Leid, der Leid, der Leid. Ich bin der Leid, der Leid. Ich bin nur ein Wettbewerb, aber ich bin nur ein Wettbewerb. Uh, uh, um. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, am I going to do it? I didn't end the vehicle and things. Now I got it. And my, and my knuckles. I'm going to kill my woe. I'm going to kill my woe. Okay. 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 I don't need... Yes. So. Now I guess let me find the mission. A little bit of an Erdbohrer. Okay. 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 und wieder den Bein klicken mit dem Epplerführer So. Also erstmal ganz witzig für euch. Streitwachen, das, 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 das kommt auch rüber, das kommt auch rüber, das kommt auch rüber, das auch, das ist Rest, das wird dr Zukunft auch, es wird interesse, denn jetzt gehts einfach nicht anderes! Tja, Absammlung abgeben. Jetzt warten wir voll auf Truhen hier und egal das, wir geben jetzt ab, die Zeit leben mit mir und wir gehen auch mit euch zuerst anfangen zu bauen. Moment. Die Leute können wir auch nicht nehmen. So. Noch ein paar. So, dann auf, mein Gutschler. So, wenn wir sagen, Riespulver, kaufen wir. Glauben wir auch. Dann, nehmen wir noch ein bisschen weiter. So. Ich würde sagen, mit der Schnauze und dann vorher den Erdbohrer. Okay, jetzt bin ich nur bei Erdbohrer zu finden. Ich würde sagen, mit dem Nachbremse, wir sehen uns zuhause. Ich bin gleich. So, wir sind zuhause. Er hat dann ausgeräumt, einschaliert. Zuni ist auch in der Nacht gefasst. Nur, ich habe es gerade erspießt. Aber das finde ich mir dann wieder. Die Bewegungsdinger sind auch fast fertig. So. Ich bin blind. Ich bin einfach nur blind. Und er hat eigentlich gesagt, du nix. So. 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 Wir müssen aber nicht bewegen und den Dinger bereit sein. Dann können wir so nicht bauen. Perfekt so. Wir können sogar dann die Dreier bauen. Krass geil. So. Ja. Ich probiere es kurz vorhin noch. Da. 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 Ich hole mich. Deine Würze sehen. Nähmeli. Auf mich. P Matte. Deine Güter. Oh ja. Oh. Oh ja. 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 Ja, das ist jetzt auch eine Mache. Wo ist dann drin? Oh ja, da hin. Da haben wir was. Da haben wir was. Wir sollten wieder Elektro-Lade suchen. Da haben wir was. Sek, Sek. So. Da kommen die N. Das Bier. Wenn das wirklich aussieht, ist das auch nett. So. Wenn die jetzt ein Lagerbruch haben, wo man ja über die Nien drüber laufen kann, dann wäre es, wenn es... So. 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 Wekal. So. 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 So, jetzt habe ich schon noch etwas abgegräbtes, wie ihr wisst, allein wie man so reinguckt. Ich finde das, mir gefällt. Damit verabschiede mich. Bleib gesund, pass auf, wir lassen einen Daumen nach oben da, ein Abo, die Klack erklären usw. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund, pass auf, wir sehen uns.